Kann ich schon anpacken, auf einmal kommen? Aaaaah, das wird knapp, aber es reicht. Hat gereicht. Ist locker. Nicht dein Herz! So, die SEG ist vor Ort. Wie hier drei Limousinen stehen? Wo kann denn? Sound muted. Guten Tag. Hallo. Wie geht's Ihnen denn? Wie kann ich meine Sachen aufnehmen? Wie kann ich meine Sachen aufnehmen? Ein Windersmuskel. Mit einem J-Muskel können Sie an, wie ist Ihr Windersmuskel, können Sie aufnehmen. Wo ist meine Waffe? Das weiß ich nicht, wo Ihre Waffe ist. Wie geht's? Oh, gekla... Danke, tschüss. Mitgehen lassen. Ciao. Sound resumed. Ich glaub, das sieht gleich verwirrt aus, wenn man da hinten anguckt. Jetzt ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ich hab ja Mitte parkiert, ist die falsche Karre grau. Ich hab noch eine Frage. Wieso sind das drei Sanitäter? Sound muted. Was? Wieso sind das drei Sanitäter? Wieso sind das drei Sanitäter? Nee, du bist die Oberlusche. Ja. Das ist die Lusche. Und ich bin Ausbilder Schmidt. Hi. Schmidt, Hals, Maul. Mein Name ist Jeff. Okay. Was war das? 200 Liegestütze. Da wären 20 Kilometer gerannt. 15 Sekunden haben sie dafür. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Na ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich muss weiter. Okay. Na ja. Die Waffe hat mein Kollege. Hab ich gar nicht. Wer? Ey, stopp, stopp, stopp. Warten Sie mal. Hallo. Hallo. Warten Sie mal. Was? Wie ist Ihre Waffe? Ich hab Ihre Waffe nicht. Ich hab Ihre Waffe nicht mal. Ich hab Ihre Waffe nicht. Sie haben ja gesagt, ja. Ich hab Ihre Waffe nicht. Der ist ja da hinten drin und ich hatte die Waffe ja. Die, die dämmel da hinten, genau. Schau, mach dich! Ich hab eine Waffe. Ich will eine Waffe. Alter Rau, du bist so ein Arschloch. Ich hab's richtig vorgeschmissen jetzt. Alter Rau, der kommt mit dem Lämpchen hinterher und will seine Waffe. Beste Alter. Alter Rau, du bist ein Arschloch. Warte mal, wir drehen jetzt beide um, wir drehen jetzt beide um, okay? Damit er total verwirrt ist. Nein, mach ich nicht, ich bin ein Arschloch. Warte, dann fahr ich da lang. Der ist getrennt. Schade. Das war Schuka. Oh, schön. Du hast ja halt deine Waffe. Warte. Ne, da hinten. Warte, komm her. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.